Hier muss ich zuerst auf beiden Seiten ausmultiplizieren. Das sind dann 10x plus 70 Fünftel ist gleich 45 Drittel plus 9x. Nun, das Schöne hier dran ist, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Kaugefahr finden muss, denn das kann ich ja kürzen. Danach halte ich 10x plus 70 Fünftel sind 14, 45 Drittel sind 15 plus 9x. Ich subtrahiere auf beiden Seiten 9x, x plus 14 ist gleich 15, jetzt noch minus 14 auf beiden Seiten und ich erhalte x gleich 1 als Resultat.